Ja, hallo, heute haben wir den 3. November 2021 und hier stelle ich mein Kunstbild vor. Ein interessantes Kunstbild. Ja, ich möchte dazu sagen, ich habe lange gebraucht, dieses Bild zu malen, weil man muss dabei eine ruhige Hand haben. Also wenn man jetzt malt, sieht man hier. Man braucht eine ruhige Hand. Bei diesen Frauen braucht man eine ruhige Hand und einen guten Pinsel. Das ist auch wichtig. Einen guten Pinsel braucht man hier. Und ich habe Frauen 45 Jahre beobachtet, wie sie tanzen, wie sie spazieren gehen. Ja, alles, was so Frauen machen. Das sind ja so mehrere Dinge. Habe ich beobachtet, um dieses Bild zu malen, damit man auch so diese Bewegung hinbekommt. Ein Bild aus Frankreich. Ich habe in der Schule Französisch gelernt. Eigentlich nur ein Satz. Voulez-vous, coucher, avec moi, irgendwie so. So, das habe ich gelernt, diesen einen Satz. Da brauchte ich natürlich auch ein paar Jahre. Und ja, ein wunderschönes Kunstbild. Wenn man es anguckt, wird es immer wertvoller. Je länger man hinguckt. Und es hat nicht jeder über den Sofa hängen. Man kann es natürlich auch im Schlafzimmer hängen. Ich glaube, das reicht jetzt. Soweit das Kunstbild. Das ist ein Wunderschönes 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 Kunstbild.